Es ist Zeit für die Apokalypse! Ja! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scarenauts Unlimited. Hier ist Indiana Jones. Wir sind unter Wasser. Sekunde. In, ja, äh, quasi Atlantis. Wie heißt das? Königreich von, ja, Atlantis. So. Ja, es gibt eine kleine Ankündigung meinerseits noch. Wenn ihr auf meinem Kanal vorher wart, bevor ihr das Video gesehen habt, habt ihr es schon gesehen. Magic Pig und Spaceman sind zurück. Yay! Ja, für die von euch, die es nicht wissen. Magic Pig und Spaceman. Ich hatte damals mit einem Kollegen von mir, dem Jens, auf YouTube angefangen mit einer Minecraft-Serie. Und, äh, ich hab ja gesagt, ich, äh, ich suche nach einem Ersatz... Haustier passt. Da ist er. Hi, da ist der Jens. Moment, ich muss mal kurz so was ändern. Und, äh, das passt eher zu ihm. Ja. Ja, ich hatte ja gesagt, ich suche nach einem, äh, Ersatz für Scribblenauts als laufende Serie. Ich habe ja auch gemeint, ich bin nicht der größte Let's Play-Fan, nur einige Let's Play... Also, Spiele, finde ich, sind halt cool, super lange, äh, um eine Serie davon zu machen, um die halt lange auch anzugucken. Für euch jetzt. Zum Beispiel Scribblenauts, weil das halt jeder anders spielen kann. Und so, genauso Minecraft. Ich hab das halt damals aufgehört. Mehr Informationen findet ihr in dem Video. Das Let's Play, weil ich ja gesagt hatte, dass ich... The Badbeard halt, das ist kein Let's Play-Kanal eigentlich. Das Let's Play wird auf einem Extra-Kanal laufen. The Buddy-Builders. Und, ähm, ja, in dem Video sind auch... ist der neue Kanal verlinkt. Ihr kommt direkt zur ersten Episode. Das wird sicher jetzt einige von euch sehr freuen, weil immer mal haben die Leute wieder mal gefragt, ob ich mal wieder Minecraft spielen will. Ja, und jetzt hatte ich halt richtig Bock. Scribblenauts läuft natürlich noch zu Ende. Aber wie ihr seht, so viel ist nicht mehr übrig. Ja? Und, äh, ja. Dann als Ersatz gibt's quasi diesen neuen Kanal, wo es jeden Mittwoch und jeden Samstag eine neue Minecraft-Folge gibt. Wir spielen auch einen Mod übrigens, Towncraft. Ja, geben wird. Und das wird, äh, sicher super geil. Schaut also dort mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und wir gucken jetzt mal, was Indiana Jones hier will. Du, 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 du... Bundeslade muss hier irgendwo sein. Bring mir die Bundeslade. Großartig. Oh. Das war ja jetzt nicht so... Hier, ich bring dir die Bundeslade. Öffnen. Ah. Ah. Da ist sein Gesicht geschmolst. Oh. Ja. Ganz wie im Film. Sorry. Du hättest halt einfach weggucken sollen. Du weißt es doch. Harrison. Mann. Was ist das hier? Hebe den Fluch aus, indem du Steine auf die Säulen zurückbringst. Okay. Also einen roten und einen blauen Steinbruch. Einen grünen Steinbruch. Die wollen... Ach, die sind alle... Versteinert. Ich muss den Fluch aufheben. Ja, ähm... Ich hatte ja schon von Starbound erzählt. Das ist auch... Dafür wollte ich eh halt einen neuen Kanal machen. Damit halt jeder, der den Kanal abonniert halt genau weiß, was da bekommt. Ne? Hier gibt's halt... Hier wird sich nichts ändern. Hier gibt's weiter die Shows, Reviews, Couch-Koop und so. Und, äh... Wir machen mal von dem Ziegenmensch hier. Die Mission. Und da gibt's halt nur das eine Let's Play. Und dann später halt Starbound, wenn es tatsächlich rauskommt. Das wird, glaub ich, extrem großartig. Da freu ich mich mega, mega drauf. Ach du Scheiße. Ähm... Äh... Ich bin der Unterwasser-Hürde, oder was? Was ist das für ne Scheiße hier? Ah, fütter den Troll, indem du dieses Ziel... Um dieses Ziel zu verenden. Was? Mäh! Moment, das müssen wir nochmal machen. Das war ja großartig. Moment. Ah! 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 Absteigen. Fisch. Fleisch. Rindfleisch. Ja, was will denn der Troll? Ja, gib mir mal einen Tipp. Bitte. Kleine Schaf. Gib ihm eine Frucht. Äh... Orange. Nomnomnom. Unter Wasserschafe. Hä? Äh... Äh... Na, jetzt Fleisch, oder was? Hä? Tomate. Was ist denn das für ein komisches Rätsel? Äh... Mir schmeckt... Achja. Salzige Schneeziege. Also etwas, was nach der Ziege schmeckt. Äh... Ne Brezen. Ach cool, der kennt's wieder die Schreibweise. Großartig. Ja. Feurig schmeckt. Okay. Alapenro. Ah. Okay. Oha. Ähm... Ja! So fülle ich mich auch immer. Nach dem Döner mit extra scharf. Dü-dü-dü. Äh... Äh... Würziges, was auch immer. Äh... Äh... Ja. Das war ja ultra crazy. Meeresziegenböcke. Das ist garantiert irgend so ein dummer Wortwitz, den wir nur nicht verstehen wegen der Übersetzung. Seagoat. Keine Ahnung. Das Trithorn. Oder so. Kutunu! Hat verschlafen. Äh... Riesenwecker. It's time for the apocalypse! Tipps! Ja. Äh... Akkurat. Passt auf jeden Fall. Machen wir nochmal. Äh... Level zurück. So. Aber haben wir ja gelöst. So läuft das ja als Gribble Notes. Ja. Indiana Jones ist auch wieder am Leben. Ist das schön. Friede voll der Eierkuchen. Was ist mit dem Alien hier? Ich kann nicht schwimmen. Hilf mir in die Oberfläche. Na. Schwimm... Lügel. Schwimmfüße. Na. Ist auch okay. Äh... Schwimm... Flü... Flü... Lü... So. Schwingeflügel. Schwimmflosse. Na. Schwimmflosse. Geht doch. Äh... Ich meine aber hier diese anderen. Schwimmflossen. Ja. Schwimmhilfe. Ja, jetzt kommen. Alter. Schnorchel zugehör. Ja, also. Meine Fresse. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Ja, das... Können wir. Groß. Viel Spaß. Da. 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 schläft wieder. Die Alten schlafen wieder. Da ist, glaube ich, so einer dieser blauen Steine für die Säule. So, hier. Triton. Triton. Gib mir etwas zum Regieren des Meeres. Na, mächtiger Dreizhack. Halt! Das gefällt mir noch nicht. Mächtiger, ranziger rosa Rosig ist auch okay. Oh! Ja, damit war er wohl zufrieden. Davon zu überzeugen, dass ich ein gutes Leben geführt habe. Zeugnis. Zeugnis für gutes Leben. Ne? Was ist denn? Leere Bierflat. Flasche. Babyflasche. Gold. Freunde. Fester Freund. Jetzt hast du eine Beziehung. Hast du schön gefeiert. Bist reich gewesen. Hast sogar ein Zertifikat für ein tolles Leben. Ah! Der ist aber schwer zu beeindrucken, der Triton. Tiefblauer Admiral. Ein Admiral so. Ähm. Hm. Ähm. Was war denn ein Admiral? Oh, den. Bingo. Ja. Er muss ja Triton gefallen, ne? Als Admiral. Ah, hier ist der nächste Stein. Oh Gott! Ein Megalodon oder so. Bas... Basilosaurus merke ich mir. Ja, genug. Oh, Jesus! Ach, du Scheiße. Tödliche Fliegenklatsche. So, Kollege. Wow! Das ist die Fliegenklatsche des Todes! Ach, du Scheiße! Ah! Ah! Diese Waffe ist nicht für menschliche Hände gedacht. Wir müssen sie vergraben. Und für immer vor der Menschheit verstecken. Das solltest... Das solltest tun. Die hat das Megalodon in einem Schlag umgebracht. Alter! Ach ja. Na dann. Dann starten wir doch mal hier die Quest. Ah, das ist die versunken... die nicht versunkene Stadt. Okay, das klingt witzig. Hä? Wie? Ist das George Lucas? Oder James Cameron? Krypto zu... Ja, ja. Na toll. Zeig mir etwas Übernatürliches. Magic. Magisches Schwein. Pass auf. Magic Pig. Da ist er wieder, der Jens. Oh! Ah, oh! Ja, und so kommt alles zusammen. Die Atomwissenschaftlerin. Hä? Ein neues Element zum Erforschen. Plutonium ist kein Element, oder? Weiß ich nicht. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich bin der Hulk! Glühender Maxwell. Ich bin... Atomverseucht oder so. Scheiße. Und du auch. Nö, schadet niemandem. Hamsterkäfig braucht frisches Streu. Stroh! Bündel. Ja, jetzt hol mal rein hier. Wer ist das? Ist ein böser Wissenschaftler. Oh nein! Der böse Wissenschaftler hat uns, äh, eingeschlossen. Wuh! Nur für verrückte Wissenschaftler. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh ich kaputt. Mensch. Hallo. Ähm. Böse Laborbrille. Labor. Böser Laborant. Böse Brille. Hallo. Was? Achso. Böser. Jetzt habe ich mich selber in... Naja. Oh, jetzt muss ich das... Den Stöpsel ziehen. Ähm. Nein. Verdammt. Zerstöre das Abflussrohr, das ich in die Hand nehmen konnte. Äh, äh, äh. Laser. Laser. Kanone. Als böser Wissenschaftler. Hä? Oh mein Gott. Der verrückte Wissenschaftler war ein auf Selbstverstörung programmierter Roboter. Dämme die Explosion ein. Stahlplatte. Schallplatte. Stahlgatterpass. Das kann ich nur tun. Was kann ich nur tun? Ähm. Achso. Aha. Jetzt haben wir Atlantis gerettet. Großartig. Äh. Fatsch. Interagieren. Ja. Also, wenn ihr Bock auf das Zeug habt. Das Minecraft Zeug. Ja. Schaut ruhig mal auf dem neuen Kanal vorbei. Das war es erstmal wieder von mir. Joa, ne. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.